Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende und ja wir haben jetzt nur noch eine Woche zur Frankfurter Buchmesse und wir sind alle in großer Vorfreude denke ich zumindest zumindest für die die alle auch vorhaben nach Frankfurt zu fahren sie wird ja jetzt glaube ich am Dienstag Dienstag oder Montag eröffnet und ich freue mich unglaublich dass es nächste Woche aufreisen geht dass es in der ganz tolle Stadt geht zu einer lieben Freundin und ich dann auch liebe Menschen treffen werde Autoren und tolle Bücher und den ganzen Tag umgeben von Büchern sein werde das natürlich das mit Oberhighlight ja dazu natürlich später ein bisschen mehr ich habe zwei Bücher die Woche gelesen wir haben gestern beendet die 12 von Justin Cronin haben wir ja zwei Wochen dran gelesen uns vorbereitet für den dritten Teil die Spiegelstadt der ja dann Ende Oktober erscheinen wird den wir auch im November zusammen lesen wollen und als zweites habe ich gelesen die das ein nein ein Herz das Herz ich habe es nicht mit dem Titel ach ohne ja Herz aus Nacht und Scherben von Gesa Schwarz habe ich als E-Book vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen hatte ich begonnen mit der lieben Lena zu lesen allerdings ist sie dann krank geworden und da war es dann nicht mehr so mit lesen liebe Lena ich hoffe du bist nächste Woche zur Buchmesse wieder fit und dabei und gesund und ja weiterhin gute Besserung von mir und ja eigentlich wollten wir glaube ich sogar noch heute lesen ich habe es dann aber gestern da verschlungen und ja gestern gelesen in diesem Sinne dann ein bisschen was über Scream die suchte ich ja noch in dieser Woche habe ich wollte ich jetzt eigentlich mit der zweiten Staffel fertig werden ich habe es aber glaube ich nur zwei oder drei Folgen ich habe eine neue Zeitschrift entdeckt und auch neue Bücher sind bei mir eingezogen und ja dann eben ein bisschen was zu den Plänen auf der Buchmesse aber beginnen wir denke ich erstmal mit den Büchern und mit die 12 von Justin Cronin ist der zweite Teil der Passage Trilogie kostet als Taschenbuch 9,99 gibt es als E-Book schon ab 8,99 und ich zum Beispiel habe das Menge Exemplar mal irgendwann entdeckt für 3,99 also haltet da die Augen offen wäre jetzt nicht unbedingt eine Ausgabe so wie ich glaube die gibt es auf jeden Fall auch gebraucht ich lege ja darauf nicht so den großen Wert und ich wusste auch nicht als ich die 12 gekauft habe dass es der zweite Teil ist das geht nämlich hinten vom Klappentext gar nicht so ja vor und ich fand einfach nur den Klappentext so spannend und dachte oh Justin Cronin das ist doch der vom Übergang vielleicht spricht dich die 12 schreckt dich das irgendwie nicht so ab wie die über 1000 Seiten weil es glaube ich nur 800 und ein paar 30 hatte ja wer konnte es ahnen dass mich diese Geschichte in den Bann zieht erschienen ist der zweite Teil bereits 2014 und eigentlich war glaube ich auch geplant dass die Spiegelstadt im Deutschen schon Ende 2015 erscheint es steht nämlich hier im Ende irgendwie drin es ist nicht vorbei das große Finale der Trilogie wird voraussichtlich 2015 für sie im Buchhandel erhältlich sein also auch Justin Cronin hat sich ein Jahr länger Zeit gelassen als er es wahrscheinlich gedacht hatte im Englischen gibt es ja die Spiegelstadt bereits und hat relativ gute Sternebewertung ich habe aber mir keine Rezension oder so durchgelesen die 12 ja wir haben ja den Übergang in der Lesegruppe begonnen und bei die 12 waren wir jetzt zu dritt beziehungsweise dann ist auch noch Nummer 4 zugestoßen und bei bei die Spiegelstadt werden wir wohl dann so wie jetzt der Stand ist zu fünft sein und ja freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf ja die 12 ist ein sehr unklassischer zweiter Teil denn er ist nicht minder packend spannend, episch, düster, grandios wie der erste Teil es ist natürlich schwer etwas über den zweiten Teil zu sagen weil zumindest über die Handlung weil man natürlich da gegebenenfalls was aus dem ersten Teil spoilern möchte wir haben ja hier ein Endzeit Szenario es gibt im Grunde missglückte Virus Versuche an Menschen ja die eben schief gelaufen sind von der Armee und ja die alle die die mit diesem Virus eben infiziert sind werden mehr unter weniger zu einer Mischung aus Vampiren und ja Zombies ist jetzt ich glaube sie sind ja nicht tot ja sind ja Vampire auch nicht aber ja also Zombies sind ja immer so eher eklig von daher ist es eher so eine Vampirart also sie können unendlich leben und sind eben dementsprechend sehr sehr brutal und infizieren eben auch andere und wir haben hier eben verschiedene Perspektiven auf die wir auf die wir blicken wir haben ein Mädchen Amy die eine sehr große Rolle in beiden Büchern gespielt hat die ja keine schöne Kindheit so richtig hatte die dann in einem Kloster ausgesetzt wird und dann eben etwas ganz besonderes danach mit ihr passiert und sie uns eben so der Anker in der Geschichte bleibt denn sie hat auch irgendwas mit den zwölf zu tun denn die zwölf sind eben diese obersten zwölf Sträflinge die irgendwie was eben mit diesem Virus und diesen Infektionen und sonstigem zu tun haben und daraus das erfährt man eben schon im ersten Teil man erfährt etwas zu diesen zwölf und erlebt eben dann die Geschichte in diesem Buch geht sie dann im Grunde weiter und es ist eben so eine Endzeitstimmung die Welt ist am Abgrund wie funktionieren Menschen auf was nehmen sie noch Rücksicht auf was nehmen sie Acht was ist Menschen wirklich wichtig wenn es uns über Leben geht es gibt natürlich auch Machtspielchen es gibt Intrigen es gibt Zusammenhalt es gibt tausend Fragen zum Beispiel warum steht warum steht der Eiffelturm in Las Vegas weil die Generation hier drin eben zum Beispiel nicht wusste dass Las Vegas so eine Casino Stadt war wo eben so Nachbauten gebaut wurden und das natürlich gar nicht verstehen und ja wir sind eben hier auch im ersten Teil waren wir noch sehr viel unterwegs es sind so von Ort zu Ort mit manchen Charakteren gezogen hier waren wir ein bisschen fester gestanden das hat aber nicht weniger Spannung aufgebaut also ich fand es ist so ein großes Ganzes was einen in den Bann zieht was einen mitreißt was einen in der Geschichte verlieren lässt was einen eintauchen lässt was einen auch nicht mehr loslässt also ich habe ich fand es wirklich gut dass wir immer so 50 bis 70 Seiten hatten und man dann darüber einfach so mal nachdenken konnten wir haben uns ja auch ausgetauscht über eine Facebook Gruppe und man einfach so auch manchmal sehr ähnlich denkt das fand ich auch fast schon erschreckend was wie einen Cronin berühren kann also da ist von Wut über Trauer über über man lächelt mal man hat Gänsehaut man man vergisst das Atmen es ist so alles dabei und es kommt so Schlag auf Schlag und der zweite Teil war um einige schneller vom Stile her als der erste was ich aber nicht schlecht fand und das ist eben genau das dass der erste hat einen so reingeworfen in die Geschichte und man denkt sich noch über 1000 Seiten was schon vorbei und dann kommen hier ein bisschen was über 800 und nehmen einen wieder mit nehmen einen in Beschlag es ist schon fast so man bräuchte ja fast schon eine Teufelsaustreibung von diesem Buch weil es einen einfach so flasht so mitnimmt und so tief einfach geht und das ist nicht nur ein Monat ein Jahreshighlight das ist ein Lesehighlight das ist ein Leseerlebnis das ist das sind die Geschichten auf die man ein Leben lang wartet und wenn man sie gefunden hat dann einfach da sitzt und einfach denkt deswegen lese ich und das ist für mich wirklich diese Reihe ich fand den zweiten Teil genauso grandios wie den ersten er war natürlich anders aber er war überhaupt nicht schlecht er war überhaupt nicht langweilig er hat irgendwie sein eigenes Ende von diesem Handlungsstrang der da aufgebaut wird und er hat natürlich einen leichten Cliffhanger so dass man natürlich wissen wie geht es weiter aber das ist alles so man man spürt es eben so ein großes Ganzes und das finde ich einfach so besonders und ich kann wirklich beide Bücher absolut empfehlen sowohl der Übergang wie die 12 und ich bin jetzt total im Fieber auf die Spiegelstadt und freue mich einfach zu lesen ich freue mich auf die Geschichte die Spiegelstadt ja glaube ich damals wieder um die 1000 Seiten und würde auf jeden Fall denke ich als E-Book bei mir einziehen weil so ein Wälzer das ist ja ich merke einfach bei Wälzern greife ich tatsächlich lieber zum E-Book aber da bekommt man natürlich kein Mängelexemplar dementsprechend hat sich das halt ja hat sich das angeboten also ja großes 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 Bücherkino ganz unglaublich toll und wirklich jeder der Endzeit mag der Dystopien mag der Erwachsenenbücher mag der der ist etwas herausfordernder mag der sowas gerne liest der Spannung will in den Bann gezogen will der alles will eigentlich der ist hier einfach absolut richtig und findet hier wirklich ein Meisterwerk vor was seinesgleichen sucht also ja großes 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 Kino ja und parallel zu die 12 ja insofern wenn man da überhaupt was parallel lesen kann sollte müsste ja ich wollte habe ich gelesen Herz aus Nacht und Scherben von Gesa Schwarz das ist erschienen am 3. Oktober diesen Jahres und wurde mir vom CBT Verlag zur Verfügung gestellt kostet gebunden 17,99 und als E-Book 13,99 hat 500 und ein paar 40 Seiten und ich hatte die Autorin im letzten Jahr bereits kennengelernt zumindest eines ihrer Bücher und zwar habe ich Nacht ohne Sterne gelesen und ich fand den Schreibstil von Gesa Schwarz sehr sehr gut mochte die Idee und die Umsetzung aber nicht da wird jetzt mancher sagen man spürt eben einfach dass die Autorin eigentlich was kann ihr aber irgendwie die Idee oder die Geschichte vielleicht nicht so richtig gelegen haben es ist ja zwar ihrs aber ich weiß nicht ob man versteht wie ich das meine ja Herz aus Nacht und Scherben klang aber unglaublich spannend und so war ich wirklich sehr erfreut als das E-Book ja vom Verlag bei mir eingetrudelt ist ja Herz aus Nacht und Scherben wir haben hier als Protagonistin die junge Milu die ihre Eltern sehr sehr früh verloren hat jetzt bei ihrem Onkel Mattes in Paris aufwächst und dazu ein paar Probleme der schulischen Art hat und als da alles nicht mehr so richtig klappt schickt er sie mehr oder weniger von Paris weg und zwar zu ihrer Nona also ihrer Oma nach Venedig und dort angekommen spürt Milu ja dass da etwas in den Schatten auf sie wartet und das ist irgendwas mysteriöses hier in Venedig auf sich hat sie findet sich schnell bei ihrer Oma zurecht und ja hat auch eine sehr gute Freundschaft zu unserem Buchhändler Frederico und darf sich in dem Buchladen dann natürlich auch immer so ein bisschen austoben denn Milu ist eine große Leseratte eine große Träumerin und ja begleitet im Grunde ihre Geschichten die sie liest nicht nur im Lesen sondern eben auch bei Tagträumen und eben auch in den richtigen Träumen in der Nacht ja auf einmal sie ist in Venedig unterwegs trifft sie auf Niv und erfährt Sonderbares über Venedig und die Stadt beziehungsweise die Welt der Scherben denn Niv beschreibt sein Reich wie folgt er gehört in ein Reich das parallel zu Venedigs Gassen existiert es ist die Welt der verlorenen Gedanken der zerschlagenen Träume der unvollendeten Geschichten und vergessenen Wünsche man nennt die Welt die Welt der Scherben und ich fand das so geil also ich war da wirklich direkt geflasht auch von diesem Satz deswegen habe ich ihn mir auch rausgeschrieben und wir erfahren eben auch von Niv was es mit dieser Parallel auf sich hat dass gerade Kinder eben immer mit einem Fuß in Venedig in der echten in unserer Welt sind und mit dem anderen Fuß in der Parallelwelt und dass Kinder eben noch sehr leicht zwischen diesen Welten hin und her switchen können und eben ihrer Fantasie freien Lauf lassen und in dieser dann eben auch einfach existieren während Erwachsene das eben dann irgendwie verlieren und ja Niv ist ein Rabenwandler und kann eben auch für kurze Zeit in die Menschenwelt eintreten und ja er trifft eben das ein oder andere Mal auf Milou und rettet ihr dann im Grunde auch mal das Leben und beide merken sie müssen was für die Scherbenwelt tun da es sonst dort einfach zu großen Problemen kommen kann beziehungsweise die Probleme dann auch in die echte unsere Welt kommen könnte und so gehen wir dann eben mit beiden auf eine wunderbare Reise durch die Scherbenwelt und es war eine packende und spannende Geschichte es war ein unglaublicher Schreibstil der Schreibstil von Gesa Schwarz hat mich hier wirklich weggeflasht es ist ein wunderbar ausgestaltet es ist sprachlich wirklich ganz ganz hochgradig es ist wunderbar mit Metaphern gespickt es hat in den ja und hat eben Erzählungen die die Atmosphäre und die Umgebung einfach grandios beschreiben man sich wirklich diese Welt vorstellen konnte man sich die Kreaturen in dieser Welt vorstellen konnte und die einen dann eben auch begleitet haben und man fragt sich eben manchmal selbst als Leser der Geschichte ist man nur Leser ist man auch Träumer ist man eher Geschichtenerzähler oder eher Geschichtenleser und merkt dass man da so manches einfach auch in Frage stellt und ich mochte dieses Poetische ich mochte dieses Ausschweifende und ich mag es eben wenn Atmosphäre ja im Grunde entstehen kann durch viele Worte wenn man eben wirklich mitgenommen wird wenn einem gezeigt wird was man sehen soll was man sehen kann dass man eben einfach ja begeistert wird von dem was die Autorin ja sieht oder unsere Protagonistin sieht und dass einem das eben auch im Grunde überkommt und man mitgerissen wird es hat mich manchmal an die unendliche Geschichte erinnert von Michael Ende mit dieser Parallelwelt wo etwas nicht so gut läuft anders läuft dass da irgendeiner auf den Weg sich machen muss um das im Grunde zu retten um die Welten wieder in Gleichgewicht zu bringen das war so manchmal mein Punkt wo ich dachte das kommt mir einfach bekannt vor und was ich ein bisschen manchmal ein bisschen irritierend fand tatsächlich ich möchte jetzt nicht sagen irgendwie abgeschrieben oder so das gar nicht der Fall also das es ist eben nur so es klang irgendwie manchmal sehr ähnlich und man hatte das Gefühl dass ich eben beide Charaktere sowohl Milou aus Nacht aus Herz aus Nacht und Scherben wie eben auch Bastian aus so einer ähnlichen Geschichte dass die einen ähnlichen Weg haben und das hat mich manchmal so ein bisschen stocken lassen im Lesen was ich sagen würde wäre jetzt also das war so gefühlt immer mal so was mich im Moment inne gehalten hat was ich ein bisschen schade fand aber dass das dieses diese großen Worte diese große Welt diese große Reise diese tollen Charaktere die wirklich tiefgründig war die gewachsen sind an den Aufgaben an sich selbst an dem anderen das fand ich wirklich ganz ganz toll also ich mochte die Geschichte und diese Atmosphäre war wirklich absolut gelungen also ich mochte diese Welt der Scherben und ich mochte einfach auch wie wie Neve mit Milou agiert hat und ich mochte auch diese Familie von Milou diese Nebencharaktere und ich war da einfach drin es hat mich begeistert es hat mich mitgerissen und es gibt hier noch ein schönes Zitat was ich mir rausgeschrieben haben Geschichten Fantasien Träume verwandeln uns in Feuer mit ihnen entzünden wir die Welt klingt das nicht großartig also das fand ich wirklich ganz ganz toll es wird auf jeden Fall noch in meinem Zitatebuch landen weil ich das tatsächlich auch finde dass das eben auch für meine Welt im Grunde gilt dass da eben Geschichten Fantasien und Träumen diese entzünden durch ein Feuer also ganz großartig wirklich großes großes Kino hat mir gut gefallen war natürlich was ganz anderes als der Passage Trilogie Trilogie aber es war es ist ein Einzelband es hatte ein grandioses Ende wie ich fand und ich hatte wirklich Spaß mit dieser Geschichte mit dieser Poetik die man ja im Jugendbuch eher selten findet und es war halt auch mal was anderes fand ich also dafür dass es ein Jugendbuch ist ist das einfach glaube ich mal eine andere Art Jugendbuch und ich fand das einfach toll also ich mochte die Geschichte ich mochte wie sie umgesetzt wurde ich mochte wie Gesa Schwarz schreibt und es war wirklich ein grandioses Buch es war sehr gelungen und hat mir wirklich ganz ganz großen Spaß gebracht und ja vielleicht den ein oder anderen von euch auch und dann gab es in dieser Woche auch ein bisschen was an Neuzugängen und ja ich war sehr überrascht über die Neuzugänge beziehungsweise über das eine bei dem anderen wusste ich dass es kommen wird mich hat ein überraschender Neuzugang auch ein unangefragter Neuzugang erreicht und zwar von Susanne Rehlein Lucy Schröders Gesammel der Wahrheiten ein sehr mysteriöses merkwürdiges Cover wie ich finde aus dem Dumont Verlag und ich muss ehrlich sagen ich weiß gar nicht ob das was für mich ist also der Klappentext klingt irgendwie mysteriös merkwürdig ich weiß nicht mich hätte das Cover nie angesprochen also ich weiß nicht was man sich bei diesem Quietschgelb so gedacht hat und es heißt hier hinten eine Heldin Widerwillen ein marodes Kaufhaus und das Orakel des fahlen Fisches ok jetzt kommt natürlich ein bisschen in die Sonne ich hoffe ihr könnt es trotzdem noch erkennen ja ist bei mir eingekommen zusammen mit einer Postkarte und zwar mit der Pantone Farbe des Jahres ich weiß nicht ob ihr könnt sehen das ist ja dieses Pantone das ist doch dieses Jahr dieses na wie heißt es nicht Bergkristall ich weiß nicht kommt es gerade nicht auf den Gedanken welcher Kristall es war egal also hier heißt es Blossom und Pantone also ja und natürlich einfach mit vielen Lese und Lesespaßgrüßen sozusagen ja mal sehen ob das bei mir dann irgendwann mal gelesen wird ich glaube ich habe von der Autorin noch nichts gelesen ich weiß dass da glaube ich letztes Jahr mal so ein blaues Buch von ihr rauskam das habe ich aber nicht irgendwas die Glück der Schokolade oder so oder hieß das nicht irgendwie so die erstaunliche Wirkung von Glück und da gab es ja es war glaube ich so ein blaues genau da gab es dann immer so da haben manche Blogger eben auch so Schokolade dazu geschenkt bekommen ich glaube bei Cosi hatte ich das gesehen ja und dann ein Buch auf das ich mich sehr sehr freue sehr gespannt bin sehr neugierig bin und ja das neue Buch von Kira Cass Siren und das ist eben Fischer Verlag erschienen und ich freue mich da wirklich sehr also nicht nur ein bombastisches Cover auch wieder die Rück der Buchrücken sehr schön und die Rückseite ganz toll das ist eben so eine bruschierte Ausgabe und ja das war ja also das ist ja die Autorin der Selection Reihe wo ich ja den ersten Teil wirklich grandios fand und Band 2 und 3 dann leider nicht mehr so gelungen und dann habe ich ja nicht weitergelesen mit dieser Tochter was es ja dann glaube ich irgendwie ist für alle die es jetzt noch nicht gekannt habe habe ich jetzt natürlich gespoilert und ich soweit ich es gelesen habe war Siren das eigentliche erste Buch von Kira Cass bin ich einfach mal sehr gespannt wie es mir gefällt vom Cover sind sie sich natürlich schon treu geblieben man hat wieder diese Frau mit diesem wunderschönen Kleid und dann hat man eben ein bisschen mehr reingezaubert damit es eben den Anschein von Sirenen bekommt und ja sie ist unsterblich ihr Leben gehört dem Meer doch ihr Herz gehört einem Menschen ich hoffe dass es nicht zu kitschig wird aber es klang einfach ich meine es ist ein Liebesroman gar keine Frage aber ich bin einfach sehr neugierig wie das sein wird und ob es mich packen kann und ich glaube fast schon also ich finde das optisch ist das ja schon ein Highlight und nach all der Düsternis der letzten Tage tut mir vielleicht ein Liebesroman auch gar nicht mal so schlecht ja das muss man ja glatt mal so sagen dann ist bei mir auch ein neues Magazin eingezogen auf das mich die liebe Yvonne gebracht hat über Instagram und zwar Project Calm Mindfulness Through Making also ja wieder ein Mind Magazine was eben so in Richtung Flow geht Happiness wie sie alle heißen und hier vorne drauf hat man eben auch einen Spiegel und das ist ganz schön also wirklich sehr sehr schön gestaltet wie ich finde und ja es heißt eben hier Project Calm es soll zum Nachdenken anregen zum Umdenken und Neudenken und es ist eben auch viel Kreatives enthalten also wir haben hier zum Beispiel auch einen also sehr schöne Bilder dann eben auch so eine Art Scherenschnitt eben einen Spruch den man dann eben auch selbst ausschneiden kann ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt und dann eben zum Beispiel auf diese Seite drauflegen kann und das dann einrahmen kann also finde ich sehr sehr schön ja ich bin da wirklich sehr angetan bisher auch die Artikel fand ich sehr interessant und wer sich eben mit dem Thema so innere Balance ja im Grunde auch so ja eben so dieses Ankommen Bleiben im Jetzt Sein und ja im Grunde mit dieser Achtsamkeit sich auch ein bisschen beschäftigt der ja wird hier seinen Spaß haben es gibt hier zum Beispiel auch Origami ist was zum Falten mit dabei ich glaube ein Teddybär und ein was war das andere ein Teddybär und ein ja ich bin ich bin einfach vergesslich ich kann mir da zur Zeit ich kann mir das nicht machen ein Elefant und die kann man falten und dann eben ich weiß nicht ob ihr sehen könnt und ich glaube es ist auf der Seite und dann eben auch an die Wand so hängen als 3D Bild seht ihr das so ein bisschen wie ich das meine ich hoffe also da bin ich auch sehr gespannt und freue ich mich sehr drauf also ich bin ja auch ein Bastler von daher bin ich sehr gespannt auf das Magazin und freue mich dass ich die entdeckt habe und ja Instagram made me buy it na das ist definitiv einfach so ja dann ein bisschen was zu Scream ich bin jetzt in der zweiten Staffel ich glaube Folge 9 habe ich heute früh ein bisschen noch reingeguckt während des Aufstehens man sollte das nicht beim Frühstück tun denn sie wird klar also in der zweiten Staffel ist sie wirklich sehr sehr brutal und teilweise sehr eklig also ja ich fand ja die erste Staffel war ja noch irgendwie unterhaltend und so ein bisschen eben auf 90er gemacht das ist nach wie vor der Fall und irgendwie jugendlicher und leichter Horror würde ich sagen also Horror gut ist vielleicht sogar zu viel zu sagen es war eigentlich nicht immer gruselig es war manchmal eher lustig ungewollt lustig und bei der zweiten Staffel finde ich jetzt wirklich ist die Brutalität unglaublich hoch gegangen und es wird einem auch noch alles so gezeigt und wenn man da beim Frühstück bei seinen Cornflakes sitzt während irgendwem die Hand abgeschnitten wird da braucht man nichts mehr also geht zumindest mir so ich weiß manche stecken das bestimmt locker weg und sagen jetzt auch Steffi was stellst du dich so an oder man kann sich auch fragen Steffi warum guckst du das beim Frühstück ja man ist halt wahrscheinlich nicht ganz normal das ist vielleicht schon so die Serie sollte man vielleicht nur abends gucken wobei ich tatsächlich morgens auch schon so denke oh jetzt musst du bis zu deinem Auto also es ist beides kritisch würde ich sagen zu sehen dementsprechend ja also mich packt die Serie tatsächlich ich finde die spannend natürlich manchmal ein bisschen vorhersehbar finde ich aber jetzt in der ersten Staffel fand ich das mehr da hat man tatsächlich so ein bisschen mehr ahnen können wer überlebt es wer nicht in der zweiten Staffel sind jetzt auch schon Leute dahin gegangen oder wo man es so nicht erwartet hat und man eigentlich immer so denkt ja wer ist es denn also noch sind wir auf der Suche ich habe jetzt auch gehört es wird eine dritte Staffel ergeben mit weniger Folgen weil wo die zweite Staffel nicht mehr so viel Quote hat also mehr als es angucken kann ich natürlich nicht also finde ich persönlich schade weil ich wirklich finde dass die zweite Staffel wirklich sich gesteigert hat und irgendwie auch ein bisschen erwachsener wurde natürlich haben wir noch diese jugendlichen Charaktere die manchmal wirklich Unfug treiben und halt trotzdem in die Geisterbahn rennen wo man sich denkt naja wenn du dich dann wunderst dass da der Mörder ist dann brauchst du auch nichts mehr anderes ja wir werden glaube ich noch ein bisschen auf falsche Spuren gelenkt aber ich finde die wirklich gut also ich gucke die wirklich gerne sie unterhält mich es macht Spaß ich grusel mich und ja finde ich nebenbei wirklich eine schöne Serie wo ich sage finde ich schön dass ich die entdeckt habe und dass man die so ein bisschen gucken kann und ja so ein bisschen mitfiebern und sich mit begeistern kann also ich finde die gut mal gucken was als nächstes an Serie kommen wird und jetzt ist es noch eine Woche bis zur Buchmesse im Grunde ja gar nicht mehr lang oder gar nicht mehr ganz eine Woche weil es ja schon Freitag für mich los geht ja und so ein bisschen die Pläne auf der Frankfurter Buchmesse also ich werde dort sein am Freitag und am Sonntag und jetzt wenn jeder sagt Steffi fährst du dazwischen heim nein ich fahre natürlich nicht heim aber ich verbringe den Samstag komplett eben mit meiner Freundin bei der ich ja auch die zwei Nächte sozusagen übernachte bei der ich netterweise eingeladen bin und ich freue mich da auch sehr sie einfach zu sehen und wir wollen eben die Tage nicht nur auf der Messe verbringen sondern wir wollen natürlich auch uns einfach wenn wir uns nur ein zwei Mal im Jahr sehen wollen wir natürlich auch was ein bisschen voneinander haben und dementsprechend werde ich Freitag anreisen werde so um halb zehn ungefähr in Frankfurt sein es geht bei mir hier um halb sechs schon los also es ist um vier Uhr aufstehen es ist schon heavy aber man fährt ja zum Glück Zug man muss sich da ja auf nichts groß konzentrieren sondern nimmt den Zug und das ist ja auch ganz gut so und ja werde dann im Zug sitzen habe zum Glück nur einen Umsteiger was ich wirklich gut finde weil man mit dem riesen Koffer den ich nicht mitnehme weil ich so viel brauche sondern ich ja vorhabe auch ein bisschen was mitzunehmen keine Bücher werde ich nicht groß was heimbringen dann nehme ich tatsächlich welche mit aber dazu später und ja da werde ich mich dann auf den Weg im Grunde machen und werde dann am Freitag direkt auch schon auf der Messe sein und es gibt da zum Beispiel eine tolle Signierstunde von Adriana Popescu und Anne Freitag wo ich auf jeden Fall hin möchte und das werden auch die Bücher sein die ich im Grunde mit hinschleppe weil ich möchte Lieblingsmomente mein eins meiner Jahreshighlights von Adriana auf jeden Fall signiert haben und auch von Anne Freitag möchte ich eine Signatur haben und dann wird es Freitag eine Lesung geben von Sebastian Fitzek der ich denke aus dem Paket schon lesen wird seinem neuen Buch das dann ja eine Woche später erscheint und da freue ich mich auch sehr drauf und abends geht es dann zum Autorensofa das ist ein Blogger Autorentreffen und da freue ich mich auch also das sind so im Groben die ich sag mal offiziellen Termine die inoffiziellen Termine bleiben eben streng geheim sozusagen und ja das sind die aber wo bis auf das Autorensofa das ist im Grunde halt eine Blogger Veranstaltung wo man eben mit Einladung hinkommt ansonsten kann man sowohl zur Signierstunde wie Adriana als eben auch zur Lesung von Sebastian Fitzek kann eben jeder gehen und vielleicht sieht man sich da ja auch insofern man sich nicht eh irgendwie über den Weg laufen wird und ich freue mich auf die Menschen mit denen ich den Tag dann verbringen werde und ja ich mich einfach freue dass wir uns alle einfach mal wiedersehen und alle irgendwie mal zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind ja Samstag gibt es dann ich hoffe wenn das Wetter so ein bisschen trocken und schön ist ein bisschen Sightseeing ich möchte ein bisschen was von Frankfurt sehen nicht nur die Zeil, die Messe, den Bahnhof und die Wohnung meiner Freundin ich habe gesagt ich möchte einfach mal ein bisschen schöne Plätze in Frankfurt erleben und meine Freundin hat da auch schon ein bisschen was vorbereitet sowohl für nasses Wetter wie für trockenes und dann wird das ein entspannter und schöner Samstag hoffe ich zumindest und dass wir da eben schöne Stunden einfach verbringen viel quatschen, essen, trinken und uns gut gehen lassen was man glaube ich nach einem Tag auf der Messe und dann eben dem Tag vor der Messe wirklich gebrauchen kann denn am Sonntag geht es dann eben gemeinsam mit meiner Freundin auf die Messe und das ist halt dann das, weswegen wir ja im Grunde uns beide dann auch dieses Wochenende aussuchen damit wir nette Begleitung auf der Messe haben und Sonntag ist noch relativ ungeplant es gibt ja dieses Booktuber Blogger Treffen ich glaube um 13 Uhr wieder bei diesen Rolltreppen in Halle 3 und da werde ich auf jeden Fall sein da freue ich mich auch schon drauf und dann gibt es auch noch eher zwei kleine wieder nicht öffentliche Termine inoffizielle Termine auf die ich mich auch sehr freuen werde am Sonntag und ansonsten werden wir da einfach über die Messe laufen und meine Freundin und ich haben ja eine Vorliebe für die etwas exotischeren Stände für die exotischen Bereiche gar nicht so Halle 3 sondern wir sind wirklich so ein bisschen dann diese Asia Fans und die Afrika Fans also dieses wirklich exotische wo die Cover ganz anders sind und die Stände total unterschiedlich und bunt und lebendig und also ich kann jedem wirklich diese Hallen auch empfehlen nicht nur die Belletristik Halle Nummer 3 sondern auch mal so ein bisschen bei den internationalen Ständen vorbeizuschauen nicht, also ich kann auch kein chinesisches Buch lesen aber es ist einfach so spannend und interessant wie das aufgebaut ist und das hat mich eben wirklich auch in den letzten Jahren immer sehr sehr fasziniert und hat mir unglaublich gut gefallen und ja das werden wir auf jeden Fall auch diesmal wieder ein bisschen uns unsicher machen und abends irgendwann um halb 6 glaube ich mache ich mich dann wieder auf den Heimweg und werde dann hoffentlich oder halb 7 ich glaube sogar halb 7 rechne mal ja weil ich dann glaube ich gegen 11 Uhr nachts zu Hause sein werde auch nur ein Umsteiger zum Glück und ich hoffe dass die Bahn nicht irgendwie in Verspätung gerät sodass ich noch nach Hause komme ich glaube vor 2 Jahren war es ja eine halbe Stunde Verspätung und der Zug in Nürnberg musste dann auf mich tatsächlich 20 Minuten warten weil es sonst keine Verbindung mehr nach Hause gegeben hätte und man mir ein Taxi hätte bezahlen müssen und so mussten leider alle im Nürnberger Zug auf mich warten das fand ich sehr unangenehm aber ja ich kann ja eigentlich nichts dafür ich saß ja im richtigen Zug ich hätte auch ein Taxi genommen also ich wäre da frei gewesen ja und das ist bei mir relativ gut auch bei diesem Mal da ich am nächsten Tag dann eben Spätschicht habe und auch noch eine Stunde später anfange also erst um 12 Uhr mittags in die Arbeit gehe und da kann ich natürlich am nächsten Tag einfach ein bisschen länger schlafen und entspannt den Tag dann genießen den Koffer schon mal dann auspacken und ja einfach mal so alles ein bisschen sacken lassen und das ist dann auch eine kurze Woche ich habe nur 3 Tage und ja habe dann eben 2 Tage Urlaub also ein ganz langes Wochenende weil ich dann erst am 1. November immer wieder auf Arbeit gehe also ich habe dann 5 Tage am Stück frei aber das ist erst in 2 Wochen und ja aber da das ist vom geplanten sozusagen diesmal eigentlich ganz gut ich brauche da keinen Tag frei sondern es reicht ja dass ich im Grunde ein bisschen später anfange ja es wird dennoch natürlich eine Bücherwoche geben also ich arbeite am Donnerstag auch nur einen Dreiviertel Tag ich habe nur 6 Stunden werde so gegen 1 Uhr aufhören oder halb 2 glaube ich und werde dann natürlich ein bisschen einkaufen gehen brauche ein bisschen was an Getränken und sonstigem für die Reise und werde dann auf jeden Fall die Bücherwoche am Donnerstag drehen rendern und dann auch direkt für den Samstag geplant hochladen so dass alle die die leider nicht auf der Messe sein können natürlich die Bücherwoche genießen können und wenn ich dann Montag sozusagen irgendwie mal wieder dann fix und fertig sitze dann eben auch ein paar nette Kommentare zum Lesen habe und ja also das Video kann ja im Nachgang jederzeit angeguckt werden wie und was ich filme und fotografiere auf der Messe weiß ich noch nicht ich habe schon so einige Nachrichten bekommen dass sich viele so einen Bericht wünschen wie dieses Jahr aus Leipzig oder letztes Jahr aus Frankfurt also ich bin ja kein typischer Vlogger der den ganzen Tag mit der Kamera spricht und hinter der Kamera ist das weiß nicht das ist einfach irgendwie nicht so mein Ding ich schaue das bei anderen unglaublich gerne und würde das auch gerne können und machen aber das bin ich irgendwie einfach nicht dementsprechend mal gucken also es wird auf jeden Fall Fotos geben ich habe ja auch immer mal zwischendrin gefilmt und ich denke dass das dieses Jahr einfach ähnlich wird und da ich ja auch dann zwei Tage diesmal auf der Messe bin und ich denke gerade am Pressetag noch am Freitag vielleicht nicht so viel los ist wie an einem Samstag oder an einem Sonntag kann man vielleicht ein paar Einträge rüberbringen und ich ja es wird auf jeden Fall ein Video geben aber dann vermutlich erst ja die Woche drauf natürlich also das ist ich werde dann nicht Montagdienst da schon direkt dazu kommen ich werde mal gucken wie ich da einfach Zeit habe und es dann auch hochlade aber ja da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen es wird was geben was und wie und wie viel weiß ich wirklich noch nicht das ist bei mir halt immer sehr spontan und ja dementsprechend müssen wir uns da alle einfach mal gedulden was die Steffi der Zukunft sozusagen da macht ja und das war es im Großen und Ganzen auch schon zu dieser Woche ich freue mich jetzt wirklich unglaublich auf Frankfurt und bin total gespannt auf die wunderbaren Tage dort und die werden ja tatsächlich ein bisschen anders als sie sonst immer waren weil sonst war ich ja immer nur zwei Tage dort oder auch mal nur eineinhalb und wirklich nur Messe und ein bisschen Shopping und ich freue mich wirklich, dass es dieses Jahr auch noch ein bisschen was anderes gibt und es eben auch diesen Pressetag ergeben wird an dem ich auf der Messe sein würde es ist ja das erste Mal, dass ich auch an so einem Pressetag unterwegs sein werde ich war zwar auch glaube ich schon letztes Jahr und auch vor zwei Jahren glaube ich schon Presse in Frankfurt aber eben trotzdem immer am Wochenende und ich bin einfach neugierig, wie die Atmosphäre ist wenn vielleicht wirklich einfach so, also ausgewähltes Publikum klingt immer so blöd aber wenn eben nicht die Massen an Menschen sozusagen also ich hoffe, dass nicht die Ansammlung an Menschen ist wie letztes Jahr Samstag, das war wirklich heavy also es ist dieses entspanntere vielleicht Durchlaufen erhoffe ich mir eigentlich davon und bin da einfach sehr sehr neugierig und freue mich auf meine Termine, auf die Menschen, die ich treffe und auch für jeden, der das Video jetzt sieht und auch auf der Messe ist kommt bitte immer gerne her, sagt Hallo und lasst uns da einfach einen kurzen Austausch machen kommt zu dem Booktuber-Treffen es freuen sich glaube ich alle, die da dort sind umso mehr, umso lustiger und man kommt so selten einfach zusammen und man sollte einfach die Gunst der Stunde nutzen und da einfach gemeinsam Spaß haben und ja, dementsprechend habt keine Scheu, habt keine Angst rechnet nicht damit, das spreche ich glaube für alle Booktuber über das wir euch als Zuschauer erkennen das wird wirklich schwer auch wenn ihr ein kleines Profilbild bei den Kommentaren habt das ist immer was anderes ob ihr uns so agierend vor euch seht als wir wirklich nur Leute auf einem Foto kennen also sagt nicht du hast mich ja nicht gegrüßt du hast mich nicht gesehen also bitte kommt, sagt Hallo und ich glaube wir freuen uns alle, wenn wir da wunderbaren Austausch haben tolle Menschen treffen und einfach ein geiles Wochenende haben und ja, ich freue mich also ich freue mich wirklich denn die Messen und das ist ja immer so man ist dann irgendwie echt also wenn man dann eben auch Leute trifft die man sonst nur hinter der Kamera kennt oder ja, eben auch Autoren dann einfach mal mit denen ins Gespräch kommt das ist ja was, was mich immer sehr motiviert was mich sehr begeistert und auch wirklich tiefe Gedanken zurücklässt und ja, das ist ja, das ist immer so meine Highlights ja, jetzt wünsche ich euch erst mal ein schönes Wochenende bei mir geht es jetzt zum Reifenwechsel mein Autoline bekommt Winterreifen bevor dann vielleicht irgendwann mal Frost oder gar Schnee kommt was ich mir noch gar nicht vorstellen möchte aber die Starks sagen es ja schon immer Winter is coming und das wird auch in diesem Jahr der Fall sein und dementsprechend da es dann die nächsten zwei Wochen bei mir nichts wird mit Reifen und dann halt schon November ist und es manchmal bei uns halt schon am 1. November geschneit hat möchte ich vorbereitet sein da wird sich heute der Samstag ein bisschen ums Auto drehen auch mal ein bisschen raussaugen neue Scheibenwischer ranmachen und ja, eben die Winterreifen die ich nicht selber aufziehe sondern die natürlich in der Werkstatt machen lasse und ja, euch wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Wochenende lasst euch gut gehen genießt die freien Tage und ich hoffe ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche freue mich sehr über Kommentare wünsche euch nun einen schönen Tag einen schönen Abend und bis zum nächsten Video Tschüss, eure Steffi